Die Burg Friedberg in der hessischen Stadt Friedberg ist mit 3,9 Hektar eine der größten Burganlagen Deutschlands. Sie war jahrhundertelang Mittelpunkt der Burg Grafschaft Friedberg. Heute beherbergt sie u.a. verschiedene öffentliche Einrichtungen, so große Teile des Finanzamtes, das Burggymnasium und eine Kirche innerhalb der historischen Mauern. Gründung Auf einem Basaltfelsen mitten in der Wetterau befinden sich Burg und Stadt Friedberg. Die Burg wurde vermutlich im Auftrag des Kaisers Friedrich Barbarossa zwischen 1171 und 1180 gegründet. Vorgeschichte Auf dem Friedberger Burgberg befand sich zu Beginn des ersten Jahrhunderts n. Chr. ein römisches Militärlager, das bei den Feldzügen des Germanikus errichtet wurde. Danach war Friedberg jahrzehntelang ohne römische Besatzung. Erst unter der Regierung Kaiser Vespasians 69 bis 79 wurde auf dem Burgberg wieder ein römisches Kastell errichtet. Diese mehrmals erweiterte und umgebaute Anlage wurde mit dem Rückzug der Römer auf die Rheingrenze um 260 aufgegeben. Heute noch sichtbar ist der ausgegrabene Rest einer kleinen Badeanlage, vermutlich Teil der Kommandantur des Kastells. Der 1965 in den Keller eines Schulhausneubaus einbezogen wurde, Geschichte Burg und Stadt Friedberg waren selbstständige rechtliche Einheiten. Später als Burggrafschaft Friedberg ein eigenes Territorium innerhalb des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation. Dieses enge Nebeneinander von Burg und Stadt führte zu Reibereien, die jahrhundertelang die Geschichte Friedbergs bestimmten. Die Burggrafschaft war genossenschaftlich organisiert und reichsunmittelbar. Die Rechtsstellung eines Burgmannen war erblich und befand sich in den Händen adeliger Familien der Umgebung. Es gab etwa 100 Burgmannen. Die Aufgabe der Burg war, wie bei den anderen staufischen Pfalzen, Städten und Burgen Gelnhausen, Frankfurt, Wetzlar und Glauburg, die zum Teil im gleichen Zeitraum errichtet wurden, der Schutz der Wetterau. Um der Residenzpflicht zu genügen, wurden seit dem 14. Jahrhundert innerhalb der Burg Burgmannenhäuser gebaut. In späterer Zeit wurden die Aufgaben der Burgmannen oft durch dort residierende Beamte wahrgenommen. Seit dem 15. Jahrhundert bildete die Burg eine eigene kleine Herrschaft in der Wetterau, indem sie das Freigericht Keichen und 1445 die Pfandschaft über die Stadt Friedberg erwarb. In dieser Zeit hatte sie ihren größten politischen Einfluss und war an der Virilstimme der Wetterauergrafen auf dem Reichstag beteiligt. Ab dem 17. Jahrhundert wandelte sich die Burg zunehmend zum Herrensitz. Davon zeugen die repräsentativen Bauten der Burgmannen in der Burg, der weitläufige Burggarten und die Burkkirche. Die Burg behielt ihre staufische Verfassung bis 1806 und wurde dann vom Großherzogtum Hessen mediatisiert. Erst 1834 wurde die Burg in die Stadt Friedberg eingemeindet. Im Jahr 1846 starb mit Sigmund Löw von und zu Steinfurt der letzte der Burgmannen. Befestigung Die Burg war stark befestigt. Sie besaß zwei Hauptzugänge. Der nördliche, dessen erhaltene Bausubstanz in die Mitte des 14. Jahrhunderts zurückreicht, wie Sextorbauten auf, von denen drei erhalten sind. Er führte außerhalb der Stadt Friedberg über die Vorstadt zum Garten direkt in das freie Vorfeld der Burg. Der südliche Zugang von der Stadt Friedberg war durch den tiefen Burggraben, den sogenannten Hirschgraben und eine Zugbrücke gesichert. Der Adolf-Sturm ursprünglich besaß die Burg 2 Bergfriede, der vermutlich noch aus staufischer Zeit stammende Turm am Südtor stürzte 1684 ein. Der andere, der Adolf-Sturm, stammt aus der Mitte des 14. Jahrhunderts und ist das älteste erhaltene mittelalterliche Bauwerk der Burg. Heute ist er das Wahrzeichen der Stadt und mit einer Höhe von 54,42 Meter einer der größten Bergfriede Deutschlands. Im Jahr 1347 konnten die Friedberger Burgmannen Graf Adolf von Nassau gefangen nehmen. Mit dem Lösegeld war es nun möglich, einen neuen Bergfried zu erbauen, den man nach der freigelassenen Geisel Adolf-Sturm nannte. Erbaut wurde der Turm aus Quarzit aus dem Taunus und Basalt aus dem nahen Fauerbach. In den Jahren 1893-96 wurde der Adolf-Sturm aufwendig romantisiert. Dabei erhielt er sein heute charakteristisches Aussehen mit dem Spitzenhelm, rekonstruiert wurden auch die vier Seiten Türmchen. Außerdem wurde eine Steganlage zum Eingang ergänzt, der ursprünglich in 13 Meter Höhe nur mit einer Leiter zu erreichen war. In 42,5 Meter Höhe befindet sich bis heute eine Aussichtsplattform, von wo ein Blick bis ins 30 Kilometer entfernte Frankfurt möglich ist. Am 28. Februar 2010 wurde die Spitze des Adolf-Sturms vom Orkan Xyntia abgeknickt. Der Adolf-Sturm befindet sich in der Verwaltung der staatlichen Schlösser und Gärten Hessen und wird vom Geschichtsverein der Stadt Friedberg der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das Burggrafiat in den Jahren 1604-1610 wurde der Kronberger Hof von dem damaligen Burggrafen Johann Eberhard von Kronberg erbaut. Der Gebäudekomplex, im Stil der Hochrenaissance erbaut, diente ab 1698 als Sitz der Friedberger Burggrafen. Von 1817 bis 1919 fungierte es als Schloss der hessischen Großherzoge. Im Jahr 1910 wohnte der letzte Zar Russlands Nikolaus II. Während eines Kuraufenthalts im benachbarten Bad Nauheim als Gast der Großherzoge im Friedberger Schloss. Seine Frau Alex von Hessen-Darmstadt war die Schwester des damaligen Großherzogs. Im Juni 1990 brannte das Burggrafiat fast gänzlich aus. Erhalten blieben nur die Außenmauern, es wurde allerdings wieder aufgebaut. In das Baugefüge des Burggrafiats ordnen sich der Marstall, das barocke Deutschordenshaus. 1491 bis 1806 Faktorei der kommende Frankfurt am Main und 1589 bis 1764 Direktorium der mittelrheinischen Ritterschaft. Der Cavaliersbau und das große Renaissance da ein. Heute werden alle genannten Gebäude vom Finanzamt genutzt. Außerhalb des Schlossbereiches befindet sich der Georgsbrunnen aus dem Jahr 1738. Die Brunnenfigur des heiligen Georg wurde von dem Mainzer Bildhauer Burkhardt Sammels im Stile des Barock geschaffen. Die Figur, die heute den Brunnen schmückt, ist eine Kopie. Das Original befindet sich im nahegelegenen Wetterau-Museum. Der frühklassizistische Kirchenbau wurde von dem Hanauer Franz Ludwig Kankren entworfen und dem Bad Nauheimer Baumeister Johann Philipp Wörreshöfer erbaut. Sie ersetzte die mittelalterliche St. Georgskirche, die im 18. Jahrhundert abgerissen wurde. Auf dem Grundriss eines griechischen Kreuzes erhebt sich der kompakte Kirchenbau, der mit einem verhältnismäßig niedrigen Turm ausgestattet ist. Begonnen wurden die Bauarbeiten bereits am 14. Juli 1783, dauerten allerdings bis 1808, was damaligen politischen Streitigkeiten zuzuschreiben ist. Das Innere der Kirche repräsentiert eine typische protestantische Predigtkirche. Die Erscheinung des Inneren der Kirche wird von der tempelartigen Fassade samt Empore und Orgel dominiert. Am 30. September und 1. Oktober 1947 vereinigten sich die Evangelischen Landeskirchen Nassau, Hessen-Darmstadt und Frankfurt in der Burgkirche zur Evangelische Kirche in Hessen und Nassau. Einen Tag später wurde Martin Niemöller zu ihrem ersten Kirchenpräsidenten gewählt. Zum 200-jährigen Jubiläum der Kirche im Jahr 2008 wurden umfangreiche Renovierungsmaßnahmen am Kirchengebäude vollzogen. In den Folgejahren unter anderem das Dach gerichtet, die Fassade gestrichen und im Inneren die Stuckdecke saniert. Die doppelte Umwährung aus dem 14. 16. Jahrhundert ist in ganzem Umfang erhalten, ebenso wie ein Teil der Innenbebauung. Im geräumigen Burkareal stehen noch eine Reihe von Burgmannenhäusern. Neben dem mächtigen Burgdor befindet sich die barocke Burgwache, die der Frankfurter Hauptwachen nachempfunden ist. Erwähnung verdient besonders das barocke Portal der ehemaligen Burgkanzlei, die heute ein Teil des Burggymnasiums, einem Oberstufengymnasium, ist. Das Gebäude diente ab Mitte des 19. Jahrhunderts als Lehrerseminar. Wissenswert! Zeugnisse über die Geschichte der Burg und Stadt Friedberg sind im Wetterau-Museum in der Haagstraße ausgestellt. Bedeutend sind neben drei Stadtansichten aus dem 16. Jahrhundert die Porträts Friedberger Burggrafen. Hier befindet sich auch ein Modell von Burg und Stadt Friedberg, das einen guten Überblick über die Burganlage im Spätmittelalter gibt.